Musik Wo ist das jetzt her? Was ist das jetzt her? Meine Damen und Herren, Sie sehen ein armes 17-jähriges Mädchen, was nicht mehr in der Lage ist, zu stehen oder zu sitzen. Sie hat eine Lachattacke nach dem nächsten. Schuld daran ist unter anderem dieser Herr. Dieser komische Mensch, den Sie jetzt sehen. Die Dame zu meiner Rechten. Und ein nicht ganz unbedeutender Mensch, der da auch ganz viel mit zu tun hat. Wo ich gerade leider kein Bild von habe. Aber er hört auf den Namen in DJ. Jawohl. Diese vier Personen sind Schuld daran, dass dieses arme, junge Dingin nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, nur noch in präfinaler Schnappatmung auf dem Boden liegt. Und es sogar hinnehmen würde, von einem komischen Teddybären die stinkenden Füße an der Nase liegen zu haben. Mit diesen schrecklichen Bildern gebe ich zurück ins Sendestudio.